Play. Zuckert mal rein. Müsste gehen. Soundtrack musste funktionieren. So, und damit willkommen zurück zu einem neuen Letzt-Test. Ich weiß nicht, ob ich es nachher noch schneiden werde. Manche Highlands aus den Streams kommen ja dann auf YouTube hoch. Und deswegen, ja, willkommen zu einem neuen Letzt-Test. Zu Fate of Kai. Und wir spielen hier das kleine... Hier können wir die Musik ein bisschen runterstellen. Englisch oder Spanisch können wir hier auswählen. Wir nehmen Englisch. Chapter Select. Können wir erstmal das erste auswählen. Okay. Wir spielen Fate of Kai. Das ist, wie ich schon vorher gesehen habe, so ein... Das Spiel wird so funktionieren, dass wir durch ein Buch durchblättern. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Buch, die Geschichte im Buch anpassen können. Wie wir da... Wie wir da gewisse Sachen... Also, so ein bisschen Point-and-Click. Da können wir bestimmte Sachen... Dadurch, dass wir ein gewisses Wort einsetzen, ändert sich die Geschichte ein wenig. So, schauen wir mal rein. Fate of Kai. Brought into a sleeping world, Kai felt displaced. One day came understanding the world is right. And he stopped thinking for himself. A wise we would carry forever. Chapter One. Awakening. Wir haben einen kleinen Comic. Da sehen wir schon, was hier so passiert. Hier sehen wir den Kai in der Mitte eines Sonnenblumenbeets aufwachen. Von der Sonne geblendet. Wacht auf und ist erstaunlich darüber, wo er sich nur befindet. Wie so. Er läuft durch das Feld und entdeckt eine Ratte. Eine Maus oder so. Irgendein Nagetier. Mit einer Blumen auf dem Kopf. Hier haben wir schon das erste Mal machen können. Grab. Jetzt können wir hier Sachen einfügen. Das Grab brauchen wir später noch. Jetzt sieht er hier die Ratte. Ich denke mal, das ist eine Weiße Ratte. Die ist eine Art Nuss. Er schnurrt ab und fliegt durch die Sonnenblumenfelder. Jetzt können wir grab. Jetzt können wir ihm sagen. Er soll die Truhe grabben. So funktioniert das Spiel hier. Er grabt die Kiste. Da erscheint ein Handfessel aus dem Nichts und greift nach ihm und hält ihn gefangen. Aber auf der Handfessel ist ein kleines Muster abgebildet. Er hat eine Truhe und ein Pfeil zu einem Schloss hinüber. Nun ist der Kai gefesselt in dem Blumenbeet und sitzt auf der Truhe. und weiß nicht mehr was er weitermachen kann und was er weitermachen soll. Er schaut sich um, sieht die Burg. Er nimmt sich allen Mut zusammen und zieht mit der Kette die Kiste hinter sich her und läuft in Richtung des Schlosses. So it was, with ideas not his own. Kai walked the trails of youth, always arriving to his staring point. Comfort, grey and simple. Never glancing over things past. Hier können wir abspeichern? Nein, das ist Autosave. Chapter 2, Kapitel 2. Rock and Clock. Der Stein und die Uhr. Hier können wir das nächste aufsammeln. So, ähm. Hier haben wir eine Truhe. Wir schleppen die Truhe weiterhin und kommen an einen großen Fluss an. Großen reißenden Fluss und können hier nachschauen, was wir hier noch machen können. Ja, ähm. Später hat man, in der Vollversion hat man dann wahrscheinlich, denke ich mir, mehrere Möglichkeiten hier. Und dann kann man auswählen, was der dann machen soll. Hier haben wir gerade Klimp. Wir können die Möglichkeit geben zu Klimpen. Wahrscheinlich würden wir dann auch später die Möglichkeit haben, über den Fluss zu springen. Und die Steine rüber und so weiter. Kann man halt so ein bisschen, je nachdem was man für Ausmalwahlmöglichkeiten hat. Jetzt haben wir Klimp. Okay, er klettert also den Berg hinauf und er fällt. Er schafft es nicht. Er rutscht ab und fällt hinunter. Und bedrohliche Steine fallen von oben auf ihn herab. und scheinen ihn zu zerquetschen zu wollen. Einen Jump. Fügen wir ein. Er hopft aus dem Weg und entkommt mit der Kiste. Er schafft es den herabfallenden Steinen gerade so zu entweichen. Und auf einmal sieht er ein weiteres Wasserwesen auf dem Fels über ihn. Das Wasserwesen hat einen ostasiatischen Hut an. und einen Samurai Hut und eine Pfeife. Und die Sensei Kröte rupft über den Felsen und zeigt ihm, dass man da hinüber kann. Dass es da eine Möglichkeit gibt. Aber der Kai, der hat ja noch die Kiste bei sich. Er steppt sie mit sich. Das Zupfen scheint nicht wirklich eine Option zu sein. Kein Kunde kam ab. Das ist eine Idee. Aber es kam der Obstach in seinem Weg. Ok, jetzt müssen wir da. Wir könnten jetzt rüberspringen. Aber wir haben nur Kleimp im Inventar. Jetzt könnten wir hier. Dann tun wir nochmal Climb rein. Und Jump. Ah ok, jetzt können wir hier zurück gehen. Jetzt haben wir hier Jump und Climb. Jetzt können wir Climb hier hinein machen. Und er springt. Moddy ist anwesend. Willkommen im Stream. Ich spiele jetzt hier noch Moddy. Ich spiele jetzt hier noch Adventure of Kai oder wie das Spiel heißt. Ich spiele jetzt hier eine Demo Version noch durch. Und dann können wir gerne gemeinsam. Kommst du in Discord Voice. Dann können wir ein Multiplayer Spiel spielen. Ja, es ist hier so ein kleines Comic Game. Ich muss hier ein bisschen die Bilder erklären. Und wir haben hier die Aufgabe immer was hinein zu fügen. Das Abenteuer und das Abenteuer irgendwie ein bisschen voranzubringen mit unseren Entscheidungen. Das ist komisch. Der liebe Kai hier hüpft gerade über einen Fluss mit der Kiste an seinem Arm festgekettet. Verliert sowas beim Rüberspringen. Jetzt hängt er an einer Klippe. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit Climbs. Das können wir jetzt auch hier einfügen. Und dann schafft es der Kai hinauf zu klettern. Und oben angekommen verschnauft er erstmal. Und entdeckt ein weiteres Wesen, das gerade aus dem Ei geschlüpft scheint. Es ist eine Art Schildkröte. Die gerade erst geschlüpft ist. Der Kai hebt sie an und wirft sie ins Wasser zurück. Damit sie am Land nicht vertrocknet. Und weiter geht's. Die Schildkröte ist ihm dankbar. Das Herz können wir nicht mitnehmen. Und dann weiter geht es voran. Und Kai kommt an eine Brücke. Die Brücke ist in der Mitte zerstört. Oh hey, Shiggy. Die Brücke ist in der Mitte zerstört. Da können wir nur warten. Okay. Ah, okay. Wir können eine Zeitreise machen. In die Vergangenheit. Mit diesem Ding. Und jetzt sehen wir in der Vergangenheit. Da tobte mal ein Drache. Und die Ritter wollten gegen die Drachen kämpfen. Und der Drache stürzte hinab und zerbrach die Brücke. Zwei Stücke. Ah, wir können jetzt hier in der Zeit zurück gehen. Dann können wir sehen, wie es hier passiert ist. Der Drache stellt sich ihn auf der Brücke. Und Cari. Und Cari können wir einsammeln. Hier haben wir eine Möglichkeit. So, dann wird es schon das Abend all an. Zwei Helden am Lagerfeuer. Ein Reittier. Am Lagerfeuer sitzen sie. Ah, jetzt müssen wir hier etwas einfügen. Cari können wir hier einfügen. Die nehmen also jetzt den, was reitet hier mit? Aha, wenn wir also hier jetzt was verändern, dann ist dann in der zugeblick vielleicht noch Hayle, wenn wir es schaffen, hier den Drachen zu besiegen. Okay, sie nehmen, sie nehmen etwas mit. Vorhin war das da oben, da war was anderes gekarriert. Okay, er wird vom Blitz getroffen und fällt sich hinab vom Reichtier und der Stärkere, der breitere Ritter lacht ihn aus, den sein Kumpel, für das er runtergefallen ist. Der Drache erscheint nicht und die Ritter können die Brücke überwinden und können weiter ins Sonnendomfeld. Sehr schön, jetzt können wir eine Zeit vorausreisen und es ist die Brücke Hayle. Jetzt können wir drüber. Als keine Brücke überquert, ist eine versteckte Gestalt, eine Ninja Gestalt am anderen Ende der Brücke. He grew to see doors forever shut, and true there were other ways. Kai still took his usual stance, never to gamble on himself. Hence why his affliction returned anything by victory. Chapter 3 Chapter 3 The Gamblers Amusement Okay, wir kommen an eine Stadtmauer an. Hast schon Pronti Fischi Adventure gespielt? Weiß nein, du ist recht. Oh, entspruchs für auch echt schön. Wir spielen gleich erstmal noch ein anderes Spiel, Multiplayer. Schauen wir mal. So, wir kommen an ein Stadttor, scheint es zu sein und davor stehen Wachen, die uns anschauen und uns wahrscheinlich erstmal fragen, wo wir denn lang wollen, was wir denn wollen. Wir dürfen nicht durch, ähm, da gibt es Wegezoll, ähm, hier steht auch von einem Schild drauf geschrieben. Man muss Eintritt bezahlen, man muss Wegezoll bezahlen, damit man durch das Tor hindurch kann, ansonsten muss man einen anderen Weg nehmen. Fast wie ein Switcher. Er nimmt Kai die Truhe an seiner Kette wieder und zieht sich weiter mit sich und geht einen anderen Weg entlang. Der Weg kommt bald an einen Wagen mit einem Reiztier dran. Da ist eine riesen Slotmaschine, eine Gewinnspielmaschine, ein einarmiger Bandit zu sehen und ja, dort gibt es vielleicht Münze zu gewinnen. Kai freut sich und er klopft dann eine Tür an, ähm, aber niemand scheint zu Hause zu sein. Wir können das jetzt untersuchen, doch, 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 da ist jemand, da ist jemand zu Hause. Ähm, ein Kartonspieler ist zu Hause. Ähm, er spielt gerade Karten mit einem kleineren Männchen. Und, ja, das kleiner Männchen scheint gegen ihn zu gewinnen. Schauen wir mal genauer hinein. Also, jetzt können wir rausgucken und hineingucken. Na, steckt auf den Tisch und jetzt können wir hier das Glas zum Umkippen bringen. Das Glas fällt um und der kleine, der kleine Mensch verliert seine Karten, die fallen ihm auf den Boden. Und der große Kartenspieler wird wütend und wirft ihn hinaus mit einem Fußtritt durch seine Tür hindurch. Und jetzt entdeckt er uns, wie wir vor seinem Wagen, vor seinem Schauspielwagen stehen. Und wir sagen ihm, dass wir, dass wir Geld gewinnen wollen. Und er lädt uns zu sich ein und, ja, er setzt einen Einsatz. Jetzt haben wir nichts, was wir setzen können. Und wir haben nichts. Ähm, ja, wir werden wieder rausgeschubst. Wir werden mit einem Fußtritt wieder hinaus befördert. So, okay, wir gehen zurück und gucken, ob wir irgendwo was finden können. Und was wir auf dem Weg mitnehmen können. Wir können jetzt nämlich zurückblättern. Dann können wir jetzt, jetzt können wir untersuchen. Wenn wir rausgehen, das ist natürlich hier eine Möglichkeit. Jetzt können wir hier weiter. Nein, können wir nicht. Aber hier können wir weiter. Wenn wir das ja untersuchen, dann können wir jetzt zum Beispiel das Glas nicht umwerfen. Dann ändert sich die Geschichte insofern. Er trinkt, er trinkt sein Getränke aus, da es nicht verschützt wurde. Er rülpst ein wenig und er hat scheinbar gewonnen. Er hat das Wettspiel gewonnen und kriegt die Münze von dem Boss. Und verlässt den Wagen wieder. Da werden wir wieder entdeckt von dem Kollegen. Erstmal Fling, Fürst, Klaas, Marshmallow, Washmallows und Abrecht Tango. Amulett auf Amun rune, wenn noch Zeit ist. Irgendwas wollte ich mit dem Spiel als erstes spielen. Können wir gleich mal gucken. Jetzt haben wir hier eine Chests. Das können wir hier einsammeln. Das können wir vielleicht später noch gebrauchen. oder früher nachgeboren. Ok, der Schatzspieler entdeckt uns und tippt uns an. Ok, er nimmt seinen Wagen und fährt davon. Hier wäre es zu Ende. Aber jetzt können wir wieder zurück gehen. Jetzt können wir vielleicht das hier beenden. Nein, hier geht es nicht weiter. Jetzt können wir hier hineingehen. Jetzt können wir hier das Glas wieder umkippen. Der Kollege wird wieder rausgeschmissen, weil er seine Karten verloren hat. Weil er seine Karten verloren hat. Jetzt werden wir wieder entdeckt. Jetzt sollen wir beim Spiel einen Einsatz machen. Also wir setzen unsere Kiste als Einsatz und spielen Karten. Er freut sich, dass wir eine Schatzkiste haben. Und ja, man denkt kurz. Ja, das kann man vielleicht machen. Und er enthüllt seinen Kopf und unter seinem Kopf. Unter seiner Mütze ist ein grüner Machtdiamant. Scheint ganz nett zu sein. Es ist ja nichts dagegen, wenn ich dein Gameplay später in Videos als Hintergrund Gameplay verwurste. Mein Gameplay als Hintergrund? Da hatte ich schon was dagegen. Sollst du schon selbst spielen? Darfst du schon bitte selbst spielen? Ich verstehe jetzt nicht ganz was du da machen willst. Aber kannst du schön selbst spielen. Zumal bei mir auch der Chat eingeblendet ist. Das ist ja halt so ein bisschen. Spieß bitte selbst. Er hat einen grünen Machtdiamanten und schnippst einmal mit dem Finger. Und auf einmal sind es magische Karten. Ich mache es trotzdem. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht was du vorhast. Gucken wir mal. Ich zeige es mir mal wenn du fertig bist damit. Ich bin da noch ein bisschen. Ich weiß nicht was du davor hast. Okay wir spielen Karten. Ich habe eine Platzkarte wie es ausschaut. Ein Apfel und ein Platz. Es scheint Platz zu sein. Pflanze, Wasser und Feuer habe ich hier. Ehm. Ah ja. Jetzt können wir ja Feuer legen. Das kann ich mir erst mitnehmen. Okay wenn ich gar nichts lege dann. Okay ich lege erstmal Feuer. Feuer. Ich lege Feuer auf den Tisch. Er hat Wasser. Mein Feuer erlischt. Ich werde ausgelacht. Ich nehme mir Wasser mit. Jetzt können wir zum Beispiel zurück gehen. Jetzt kann ich da Water legen. Dann sehen wir. Water gegen Leaf. Mein Wasser wird vom Platz besiegt. Feuer. Warte kurz. Warte kurz. Ich nehme mir das Water wieder mit. Ach verdammt. Kann ich gar nicht. Jetzt müssen wir kombinieren wie das ist. Water. Mensch besiegt. Feuer. Sein Wasser. Und sein Gras. Dann werden wir besiegt. Er hat die Truhe. Und wir werden gefangen genommen. Okay. Wenn wir jetzt das Gras hier mitnehmen. Zurück gehen und das Feuer mitnehmen. Das Wasser mitnehmen. Jetzt müssen wir mal gucken. Er wird wahrscheinlich auch immer das passende dazu legen. Das heißt. Feuer und Wasser habe ich schon probiert. Wenn ich jetzt Gras hier hinlege. Dann legt er Feuer. Er wird immer was passendes dazu legen. Das heißt wir müssen ihn so zwingen. Dass er am Ende was passendes liegt. Legt was. Was nicht hingehört. Das ist ein kleines Rätsel hier. Was nicht passt. Wir haben jetzt Feuer, Wasser und Gras. Hm. Wenn wir jetzt Feuer hinlegen. Dann kommt er in der zweiten Runde mit Wasser. Und löscht das Feuer aus. Dann haben wir noch Wasser und Gras. Dann kommt er in der zweiten Runde. Dann kommt er dann mit. Wenn ich dann Wasser lege. Dann kommt er mit Pflanze. Dagegen. Und dann mit Gras rein. Wenn ich Gras reinlege. Dann kommt er. Mit Feuer. Hm. Müssen wir hier ein bisschen was ausprobieren. Ich versuche mal mit Gras. Also mit Pflanze. Legt da Feuer hinein. Das abzusehen. Ich muss ihn so ausdrecken. Dass er dann das zweite Mal. Okay. Jetzt habe ich meine Pflanze verspielt. Er hat jetzt nur noch. Wasser und Pflanze. Heißt er kann nur noch Wasser und Pflanze legen. Er hat nur noch Wasser und Pflanze. Wenn ich jetzt Wasser lege. Wird er wahrscheinlich das voraussehen können. Er hat nur noch Wasser und Pflanze. Wenn ich jetzt Wasser lege. Macht er. Macht er. Macht er. Macht er. Wasser gegen Pflanze. Ich glaube Feuer ist das richtig. Dann legt er natürlich. Dann legt er Wasser. Okay. Und jetzt habe ich Pflanze. Jetzt habe ich Wasser. Und er legt Pflanze. Wasser ist gegen Pflanze. Effektiv. Okay. Wir müssen ihn so austricksen. Dass er dann. Kann man überhaupt gewinnen. Der sieht doch immer die Zukunft. Wie du auch. Ja. Aber es gibt eine Möglichkeit. Er hat am Ende ja nur noch eine Karte übrig. Das heißt wir müssen am Ende. Das Rätsel. Ich kenne das Rätsel. Das ist. Kennen muss die Lösung nicht. Das ist. Das ist machbar. Man muss am Ende. Am Ende hat er. Nur eine Karte. Und muss die legen. Das heißt auf jeden Fall. Er muss das so machen. Dass ich dann die bessere Karte habe. Er wird nämlich immer. Er wird auf jeden Fall. Immer die Karte legen. Die mir schadet. So. Erste Runde. Das müssen wir clever genug anstellen. Also ich habe. Das ist ein gutes Rätsel. Ich glaube. Warte könnte am effektivsten sein. Später noch. Gegen Feuer finden wir noch. Feuer noch. Und jetzt Feuer setzen. Dann setzt er Wasser ein. Und hat er kein Wasser mehr. Jetzt hat er kein Wasser mehr. Jetzt hat er kein Wasser mehr. Wenn ich jetzt Wasser einsetze. Dann setzt er Pflanz ein. Wenn ich jetzt Pflanz einsetze. Dann setzt er Feuer ein. Dann hat er in der nächsten Runde nur noch. Wenn ich Pflanz einsetze. Dann setzt er Feuer ein. Dann hat er in der nächsten Pflanz. Dann hat er in der nächsten Runde nur noch Wasser. Ne. Dann hat er in der nächsten Runde nur noch. Gras. Und noch Pflanz. Dann besiegt er mich mit Wasser auf Pflanz. Das ist jetzt. Dann muss man das Feuer zum Schluss aufheben. Wenn ich jetzt Wasser rein setze. Dann holt er eine Pflanze raus. Die ist gegen Wassereffektiv. Du weißt, dass du erst so 10% der Demo durch hast. Oder? Dann dauert das. Das müssen wir jetzt hier. Wasser. Pflanze. Ja, da kommt eine Pflanze. Jetzt hat er keine. Er hat keine Pflanze mehr. Ah, Sekunde. Wir können eventuell irgendwie. Können wir es an seinem Kopf sehen. Nein, können wir nicht. Das müssen wir so lösen. Wenn ich Wasser einsetze, dann setzt er auf jeden Fall Pflanze ein. Er setzt Pflanze ein. Dann hat er keine Pflanze mehr. Nein, dann werde ich sofort verhaftet. Wenn ich gar nichts lege. Dann kommt jetzt. Da ist er wütend. Ah. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ah, jetzt sehen wir im Spiegel. Er hat Wasser. Wie immer eine Pflanze. Wir haben gewonnen. Ja, so geht es auch. Vertrauen mir. Ich habe einen Walkthrough offen. Ach manch. Mordi. Ich hätte jetzt ausprobiert, das irgendwie zu toppen. Das jetzt irgendwie durchzuspielen. Das ist irgendwie zu... Es ist, glaube ich, möglich. Man kann es auch hinkriegen, wenn man dann so durchspielt. Aber wir haben es im Spiegel gesehen, dass er Wasser hat. Also jetzt haben wir ihn besiegt. Was kommt mal? Jetzt hat er Feuer. Er hat ja den Spiegel zertrümmert. Er hat einmal so auf den Tisch gehauen. Habe ich immer. Ich kenne deine Skills. Ach manch, Mordi. Spoilerst du mich einfach. Ich darf nicht mal auf den Chat gucken. Gut. Ähm. Er hat jetzt auf jeden Fall... Er hat Feuer. Das heißt, wir können jetzt Wasser legen. Feuer und Feuer wäre nicht das... Er ist jetzt Pflanze. Dann können wir Feuer legen. Sehr schön. Durch den Spiegel, der runtergefallen ist. Können wir jetzt alles sehen. So, wir haben ihn besiegt. Er ist geschlagen. Und gibt uns eine Münze. Und lässt uns ziehen. Bonding had different to us. So Kai kept losing himself. Ich denke uns hing wahrscheinlich auch in den Spiegel. Durch den er unsere Karten gesehen hat. Also das ist wahrscheinlich auch der Fall gewesen. In search of acceptance if there ever was a way out. He was long unable to find it. Let's check the phone. What's Citadel Masks? Okay. Dumbledi. Um, thank you for... Thank you very much for playing Fate of Kai. The game will be available in a few days. If you want to continue Kai's adventure, the castle, add the game to your wishlist and receive the identification on launch day. Wenn wir die Demo durchgespielt, wie es aussieht, sind wir fertig. Nach welcheráng her? 재밌 das so viele? Pan watch. Segliere Dantaschland Ecales Hellen Deine Geräte. Harold bis zum nächsten Mal. Finished. eti ensure conveniently für die ganze Welt manicgiung. Pizza.